Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Series Synth 3. In Ordnung, wir schauen mal weiter. Ah ja, da war's. Heimes Flankieren. Mh... Sprengen wir das mal kurz. Okay, ich hab den Weg gerechnet. Na, er hätte zwar genau etwas an denen vorbeigehen können. Alles klar. Zu spät, aber hey, Next Secret mitgenommen. Gut. Mh... So, ich glaub, jetzt können wir aber endlich mal weiter. Oder? Haben wir noch irgendwo ein Gebäude mit... Hey, wo gehst du? Du hast keine Party ohne mich. Pff, frage ich mich auch. Ja, hier müssen wir so immer noch... ...wollen also wieder so ein abgeprügeltes Gebäude sein. Sehe ich, alles voll. Ne, da scheint oder soll ich noch da hinten zu sein. Okay. Gut, wo haben wir jetzt hier... ...irgendwas mit Holzbrettern? Ist aber auch nix, oder? Naja, ich weiß, ihr werdet es wieder aggressiv da oben. Ja, theoretisch könnte es, sehe ich, hier sein. Naja. Da. Fast übersehen. Ich wollte es echt schon weiter. Okay. So, jetzt aber. So, dann... ...weiß nicht, kommen wir hier irgendwie raus? Scheint so. Hm, okay. Okay. ...rauchen wir zwar nicht, aber mitgenommen. Wart doch mal, bis ich da bin. Ich frage mich gerade, ob der Retail von da hinten, also von hinten auch hin könnte. Von der anderen Seite. Okay. Ähm. Weiter geht's. ... ... ... ... ... ... Sehr schön Jo, das war's mit der Party ohne uns Frech, frech So, dann, einmal mitnehmen bitte Wohl bringt ja eigentlich nichts Cool Das ist noch ein bisschen weiter vorne Hier Lägg 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 Okay Dich haben wir ledig Du wirst wieder nachkämpfert So, eigentlich wollte ich hier noch bis zum schauen Ja Da Da ist er Cool Done Ja Ist vielleicht gar nicht schlecht hier mal zu wechseln Hier war, oder? War hier noch was? Ja Raketen Gut Ja Locken wir noch an, was irgendwie da ist Das war ein bisschen Sienna Doppelkill Doppelkill Nicht schlecht Na ja, hat wieder so ein bisschen was von so einem Militär-Shooter. Irgendwie so einer verwinkelten Gasse auf Gegner wegballern. Was sehr an Call of Duty, Metal of Honor und so erinnert. Was steht hier? Möge unser Vater mich melden, die Teufel aus dem Weltraum. Okay. Hier noch was mit 2007. Was aber nicht übersetzt wird. Gut, die brauchen wir erstmal nicht. Dann, wer hat denn hier noch zu meckern? Oh. Trappel, trappel. Na, für später. Okay. Okay. Ich glaube, es kommt doch ein Kamikaze, oder? Ja. Jupp. Lehn zu. Ist es in Ordnung? Cool. So, ein Haufen hier noch mitzunehmen. Also nichts mitzunehmen, sondern rumzulaufen. Nein, ich glaube, da kommen wir nicht rum. Hi. Kommst du denn auf einmal her? Ich dachte, hätten wir alles erledigt. Hier vielleicht irgendwo noch raus? Nee, ne? Okay. Cool. Cool. Okay. Dann, ja. Schrotplinde können wir eigentlich ganz gut benutzen. Sonst ist hier erstmal nicht so viel. Was haben wir hier? Wir wollen keine andere Welt haben. Wir wollen ihre Teufel nicht. Kann ich nachvollziehen. Okay. Okay. Die Nächsten. Wir wollen schon Richtung Moschee. Oh. Tja, wenn man da nicht durchpasst. Naja, ein paar Schüsse sind trotzdem noch abgekriegt. So, dann. Ähm. Ja, ich glaube, ein Geheimnis habe ich eventuell letztendlich übersehen. Jetzt sind wir ja schon bei der Moschee. Das Problem ist halt, dass da hinten wirklich alles gleich aussieht. Auch ganz nett. Okay. Wird mir das was hier auch zu klettern? Nein. Irgendwo müssen noch ein Stapel Boxen sein. Bist du das? Ja, oder? Ja, genau. Okay. Das ist er tatsächlich. Gut. Ah ja, ist schon ein Gewehr. Cool. So, da haben wir das. Ja, das nächste ist ein Haufen Text. Aber direkt vor der Moschee, wie es scheint. Äh, ich glaube, die speichere ich aber tatsächlich noch ein bisschen auf. So, dann schauen wir mal. Erstmal einsammeln. Anscheinend von da drin noch was zu kommen. Das ist, glaube ich, noch vor der Moschee, ne? Bist du das? Schalt mir fast so. Na? Ganz sicher bin ich nicht. Okay. Von hier kann man die Moschee, glaube ich... Ja, doch, kann man schon sehen. Aber hier dürfte ich auch alles abgesucht haben. Okay. Na ja, wir haben noch was da rumliegen. Sehr gut. Ja, das scheint schon hier irgendwo zu sein. Das ist es, glaube ich, ne? Ja. Ne, hier waren wir. Das ist ja der mit den Dings. Ah. Ja, aber es hilft nicht, dass hier alles gleich aussieht. Hier, glaube ich. Genau. Genau. Genau, gut. Zu. Gut, jetzt zurück zum Moschee. Okay. Hier? Ah, hinter den Kisten. Okay. Ja, okay. Alles klar. Gut. Ähm. Jo, das wär das. Aber ging mir ja nur darum, das Geheimnis freizuschalten. Wir müssen den regulären Weg weiter. Weil auch hier noch was mitzunehmen ist. Äh, wir haben... Zwei Stück fehlen noch. Cool. Oh. 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 Funktionieren können? Wieso trifft der nicht? Ich hab ja auch Sturmgewehr jetzt. Lass uns das doch mal nutzen. Aufhebietet sich ja ist gerade echt an. Gut. Besser. Und wenn die erledigt? Ähm, war das hier bei den Kisten eigentlich tatsächlich? So, du bist einfach nur eine Tür, die zu ist, ne? Ja. Versuch, was wird. Unter einer Million Menschen hat Gott ihn ausvergoren. Hm. Ja, wahrscheinlich die, die noch leben. Aber gut, das soll's auch für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Ciao.